In diesem Video geht es um Blaupunkt. Wer ist das eigentlich? Das machen die heute. Und wie ist denn das neue Hamburg 948, das neue Top-Navigationssystem von Blaupunkt? Wir haben es in ein Auto eingebaut und zeigen es euch heute. Blaupunkt, da war doch mal was. Klar, Blaupunkt war mal, denke ich, der größte Autoradio-Hersteller in Deutschland. Haben viel mehr gemacht. Hatten übrigens hier in der Nähe auch Werke. In Landau gab es ein Blaupunktwerk und in Herxheim, ganz bei unserer Nähe, gab es auch ein Blaupunktwerk. Dort wurden Kofferradios produziert. Autoradios wurden bei Blaupunkt produziert in Hildesheimer Wald, Robert-Bosch-Straße 200. Ich erinnere mich noch heute dran, da war ich relativ häufig. Und die hatten noch ein Werk in Portugal. Aus Hildesheim kommt beispielsweise dieses Gerät, das habe ich bei mir zu Hause noch im Fundus. Also einen DVD-Resiver aus den 1990ern haben wir damals in gelb gemacht, weil wir dort gelbe Lautsprecher eingeführt haben. Und da sollte das Gerät natürlich zupassen. Ich finde, das ist heute immer noch ein ziemlich schickes Design, neuzeitlich, ein deutsches, modernes Design. Bis heute finde ich. Und es gibt heute Geräte für Oldtimer von Blaupunkt, die diese Geräte nachahmen. Also eher noch ein bisschen älter als dieses Gerät. Wenn euch das interessiert, guckt mal bei Blaupunkt auf die Webseite. Wie ihr wisst, wir beschäftigen uns mit Caravaning. Und deswegen geht es in diesem Video um die neue Blaupunkt-Top-Navigation im Caravan-Bereich. Hamburg 948 heißt das Gerät. Wir finden das ziemlich schick. Und warum, das zeigen wir euch in diesem Video. Caratec ist ja bereits seit einigen Jahren Handelspartner von Blaupunkt. Ich weiß, dass einige von euch in der Vergangenheit nicht so ganz tolle Erfahrungen mit Blaupunkt-Geräten gemacht haben. Wir machen das immer so, dass wir uns die Geräte, egal von welchem Hersteller, bevor wir die in den Verkauf geben, wirklich anschauen und gucken, ist das was, was unsere Kunden glücklich machen kann? Oder gibt es hier oder da Sachen, die uns nicht so gut gefallen? So haben wir das auch bei diesem Hamburg 948 gemacht. Wir haben es uns vorher mal angeschaut. Wir waren in der glücklichen Lage, mal ein Vorseriengerät zu bekommen. Haben uns angeschaut, ob alle Funktionen gut funktionieren. Insbesondere auch Radioempfang, ob das gut funktioniert. Und sind zum Ergebnis gekommen, das passt. Wirklich ein schönes Gerät geworden. Ausgesprochen preiswert für das, was es bietet, muss man sagen. Es ist ja ein 10 Zoll Gerät. Es ist Apple CarPlay Wireless drin. Es ist Android Auto Wireless drin. Also beides funktioniert ohne Kabel. Es hat eine eingebaute Navigation von Aigo für Wohnmobile. Kann ich auswählen, wie groß das Wohnmobile ist. Gucken wir uns gleich nochmal gemeinsam an. Und hat ansonsten alles, was man so braucht. Es hat nach unserer Erfahrung wirklich einen sehr guten DAB-Empfang. Es hat einen guten UKW-Empfang. Das Display ist auch gut. Es ist jetzt nicht auf dem Niveau von den zugegebenermaßen noch deutlich teureren Geräten von Kenwood oder den OneSea-Wand von Sony, Kenwood und von Alpine. Aber es ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ein Vorteil von dem Gerät ist auch, ich kann den Bildschirm jederzeit in der Höhe verstellen. Ich kann ihn neigen, ich kann ihn drehen. Alles das geht jederzeit. Das heißt, wenn die Sonne mal ein bisschen drauf scheint, kann ich es aus der Sonne rausdrehen und habe da letztlich einen Effekt, der sehr gut ist, sodass es eben nicht mehr reflektiert. Ja, wie man sieht, das ist ziemlich übersichtlich. Vom Aufbau des Menüs her, UKW, DAB, Musik, was auch immer das ist. AUX habe ich drin. Apple CarPlay habe ich verbunden, gucken wir uns gleich an. Ich könnte aber per Bluetooth auch Musik abspielen. Per Bluetooth telefonieren mache ich natürlich nicht. Das ist die Navigation über die App. Das kann man sich anschauen. Ich habe die Aigo-Navigation hier drin. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und ich habe auch einen HDMI-Anschluss. HDMI-Anschluss, finde ich, ist eine ganz schöne Lösung, insbesondere für Kastenwagen. Man kann da einen Fire-TV-Stick, einen Xiaomi-TV-Stick anschließen und kann das dann durchaus auch als kleinen Fernseher benutzen, dann in dieser Kombination. Oder man kann natürlich auch das Smartphone über HDMI anschließen, um dann auch bewegte Bilder zu sehen. Das erlaubt ja beispielsweise CarPlay nicht. Aus Sicherheitsgründen funktioniert das dann ja nicht. Equalizer-Einstellung. Das heißt, ich habe hier auch noch die Möglichkeit, sehr, sehr viel einzustellen. Ein parametrischer Equalizer, Fader, Balance-Regler natürlich auch. Und hier habe ich sogar dann auch noch einen Laufzeitausgleich drin in dem Gerät. Also wirklich sehr, sehr komplett ausgestattet. Was wichtig ist für die meisten, ist natürlich die Navigation. Es ist ein Caravan-Gerät, das heißt, ich muss hier berücksichtigen können, wie groß mein Fahrzeug ist. Wir schauen uns das gerade mal hier an. Wir haben jetzt hier die Kartendarsicht. iGo ist ja auch bekannt aus den Geräten von Pioneer beispielsweise oder auch von Alpine. Hier in der neuen Variante bei Blaupunkt drin, neue Route. Wir gucken jetzt einfach mal, was wollen wir eingeben. POI können wir eingeben. Wir gehen jetzt mal einfach ein. Wir wollen auf den Stellplatz vom Dieter Geiger nach Dierbach. Geben wir mal Geiger ein. Und hierneben sieht man das auch ein bisschen. Ich kann hier alle auswählen. Ich kann Promobil auswählen. Das heißt, die Stellplätze geht wahrscheinlich dann schneller, wenn ich Promobil drauf tippe. Genau. Und jetzt habe ich hier den Stellplatz, Weingut Geiger, als Ziel auswählen. Und stimme zu und starte die Navigation. Und wir können losfahren. Genau. Und sagt jetzt, dass wir auf die Autobahn fahren sollen hier. Und hier sieht man das auch schon. Ich habe das Gerät jetzt gar nicht berührt. Ich habe die Lenkradfernbedienung genutzt, die der Ducato 8 ja bietet. Ducato 7 auch. Dafür haben wir natürlich passende Adapter und Interfaces. Das ist ein Interface brauche ich dann, wenn ich auch vorne die drei Tasten nutzen möchte, für Telefon auflegen, annehmen und für die Sprachbedienung. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, wenn man die Tasten dann auch hat. Dafür brauchst du dann eben ein LIN-Interface. Ansonsten genügt ein einfacher Adapter. Was ihr genau zum Einbau braucht, schreibt mal in die Videobeschreibung rein. Also die Navigation kennen relativ viele. Die hat sogar dann auch noch die Möglichkeit, hier, wenn auch nur über TMC, die Verkehrsmeldungen anzuzeigen. Das heißt, ich schaue mir die an. Die B10 ist aktuell gesperrt. Da sind die Tunnels zu. Kann ich gerade nicht langfahren, sehe ich dann hier und kann das entsprechend berücksichtigen. Hier gehe ich wieder zurück. Die Einstellungen. Wir machen mal hier die Route abbrechen. Okay. Und schauen uns mal bei den Einstellungen an. Routeneinstellungen. Hier sehen wir, wie groß das Fahrzeug ist. Das wollen wir jetzt nochmal hier bearbeiten. Ich habe die Auswahl Pkw, kleines Wohnmobil, mittelgroßes Wohnmobil und die Lkw-Geschichte. Das heißt, Wohnmobil über 7,5 Tonnen und sage, ich möchte das jetzt bearbeiten, Fahrzeug ändern. 100 Stundenkilometer darf das fahren. Länge 7,50 Meter, Breite 2,35 Meter, Höhe 3,22 Meter. Ja, das ist ein Alkohol. Ich kann das alles entsprechend einstellen, auch ob ich einen Anhänger drin habe. Und habe dann die passende Routenberechnung dafür. Ja, das soweit zu der eingebauten Navigation. Natürlich hat das Gerät auch eine Navigation über Apple CarPlay. Der Apple CarPlay starte ich einfach, indem ich hier drauf tippe. Habe dann meinen normalen Bildschirm oder auch diesen Bildschirm, den kennt ihr alle. Hat jemand angerufen, wie man sieht. Ich kann Musik damit abspielen. Ich habe dann die Möglichkeit, Apple Karten zu benutzen. Ich habe auch die Möglichkeit, Google Maps zu benutzen. Beides hat natürlich den Nachteil, dass ich dort nicht eingeben kann, dass mein Wohnmobil 3,22 Meter hoch ist und 4,5 Tonnen wiegt. Aber dafür gibt es ja mittlerweile auch noch Alternativen von Zijik oder die Zijik Truck App. Die Zijik Truck App kann man mittlerweile auch im App Store kaufen. Auch mit Apple CarPlay funktioniert damit auch. In dem Gerät wahrscheinlich nicht notwendig, weil ich ja die eingebaute Navigation habe, mit der alles eigentlich prima funktioniert. Trotzdem kann ich jetzt, wenn es mal ganz huttelig ist, wenn es sehr viel Stau ist, wenn man Urlaubstagen so an Pfingsten oder an Ostern in den Süden fährt, hat man immer viel Stau auf der Autobahn. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da ist Google Maps eigentlich die beste Information, wo man am schnellsten langkommt. Wenn man das dann benutzt, um Echtzeitverkehrsinfo zu haben, ein bisschen mitdenkt, hat man natürlich auch eine super Routenführung dann damit. Und das kann man natürlich dann auch parallel nutzen. Ich kann dann hier einfach auf Apple CarPlay gehen oder Android Auto, je nachdem, was für ein Smartphone ihr benutzt, und kann mir das auch anschauen. DAB-Empfang, ich habe dann hier natürlich eine Liste mit meinen Presets, den kann ich ganz leicht einstellen, sehe, was ich an Sendern zur Verfügung habe. Das ist jetzt hier bei uns in Landau, die aktuelle Liste, das ist ziemlich viel. Also sprich, für einen wirklich guten, empfindlichen Tuner, der hier eingebaut ist, der gut funktioniert. UKW brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr, weil ich ja DAB Plus habe, was eine bessere Klangqualität in aller Regel, das ist nicht immer so, aber in aller Regel eine bessere Klangqualität bedeutet und natürlich eine wesentlich größere Auswahl an den Sendern. Das heißt, das ist hier alles drin. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Besonderheit bei dem Gerät, hier sieht man es vielleicht schon, ich habe hier vier Kameras abgebildet und tatsächlich ist das Gerät in der Lage, vier Kameras darzustellen. Das sogar gleichzeitig, wir haben jetzt hier noch keine Kameras eingeschlossen, aber man sieht, ich habe alle vier Kameras hier im Überblick auch. Das heißt, wenn ich eine Rückfahrkamera habe, eine Unterbodenkamera, alles, das gibt es ja von uns, kann ich das alles anschließen. Und wenn ich HD-Kameras nutze, haben wir ja auch ein Programm, dann habe ich das natürlich auch mit einer deutlich höheren Bildqualität nochmal. Aber hier eine sensationelle Geschichte, wie ich finde, vier Kamereingänge, die kann man auch triggern. Das heißt, die kann man auch an Blinker anschließen oder an Schalter für die Entwässerung oder was auch immer. Das funktioniert dann auch. Ja, also in der Summe, wir finden, das ist ein richtig gelungenes Gerät, was Blaupunkt hier gemacht hat. Wir haben es uns angeschaut. Wir sind noch nicht damit rumgefahren groß, aber das kommt dann noch, machen wir noch. Aber alles das, was wir bislang gesehen haben von dem Gerät, was Radzielempfang betrifft, was Display betrifft, auch weil ich es eben in alle Richtungen einstellen kann, neigen kann, was Navigationsmöglichkeiten betrifft, zu einem wirklich sensationell guten Preis. Also wir finden hier ist Blaupunkt ein richtig großer Wurf gelungen, weil es einfach alle Möglichkeiten bietet, die man für so ein Gerät braucht. Ja, was ist die perfekte Navigation? Das ist immer schwierig. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es gibt keine perfekte Navigation. Es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Gerät, ob das jetzt ein Kenwood ist, ein Alpine ist, ein Sony ist, ein Blaupunkt oder ein Pioneer-Gerät. Deswegen haben wir bei uns in Landau im Service Center immer so um die 20, 25 Geräte vorfühlbereit. Kann man sich angucken. Das ist eine Möglichkeit, die wir bieten. Die bieten wir aber nicht nur Endverbrauchern, die das bei uns einbauen lassen, sondern jeden, der zu uns kommt. Wir haben auch für Händler die Möglichkeit, dass die zu uns kommen, sich die Geräte aussuchen. Unsere Geräte gibt es nicht nur bei uns im Service Center Landau, sondern dieses Gerät beispielsweise ist beim größten Großhändler, nämlich Frank-Hana-Freiko, gelistet, sodass praktisch jeder Caravan-Händler darauf Zugriff hat und es dort bestellen kann. Wenn euch das interessiert, wir stellen immer mal wieder neue Geräte vor. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal oder kommt gerne mal in Landau vorbei. Wenn ihr das tut, meldet euch gerne vorher an, damit wir genügend Zeit für euch nehmen können und euch die Geräte dann auch gut vorstellen können, sodass jeder die perfekte Navigation bietet. Das ist ein Gerät, das für viele Kunden möglicherweise die perfekte Navigation sein kann, weil es einfach preiswert ist, ein großes Display hat, schick im Auto aussieht, eine eingebaute Navigation hat und genauso auch die Möglichkeit bietet, es über Apple CarPlay und M4 Auto zu nutzen. Alternativen haben wir auch viele, also bei uns findet man die richtige Navigation, aber das ist ein Gerät, was wir wirklich sehr, sehr attraktiv finden. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus der Pfalz. Tschüss.